Hallo Leute, heute mal ein paar Runden, Italiener. Nein, heute haben wir den Tiger 2 drin. Eine neue Folge bei Bots von World of Tanks mit Bruce und Pascal. Hallo. Hallo. Wir sind Profis. Wo ist der Tiger 2? Hast du jetzt eine Neuaufnahme gestaltet? Boah, der Intelligente. Ist der schlau. Nein, nein, das ist die erste Aufnahme heute. Wir hauen den Tiger 2 aus. Also wir haben mit dem Broschetto nicht voll auf die Schnauze bekommen. Nein, nein, nein. Jungs, das haben wir doch nicht nötig. Wir streamen gerade mit nach dem Leben. Wir wollten nicht Italiener machen, nee. Wir wollten nicht immer Deutsch spielen. Wir sind nicht mit Mediums als Low-Tier direkt nach vorne gekachelt, um von 9er-Havis auseinandergebumst zu werden. Nein, nein, nein. Wir machen jetzt so eine deutsche Runde. So, gegen zwei Jagd deren Hund. Brr, oh Gott. Weil wir so OPs sind, ja. Bestimmt noch drei Arti? Nee, doch nicht. Nee, zwei Jagd. Gut, also gegen Zehner ist der besonders stark der Tiger 2, weil... Wo gibt's? Ähm, weil er so viel Durchschlagskraft hat. Wir haben alle drei verschiedene Kleider an, ne? Ja, schon gesehen. Auf die Panzerung kann man sich sehr verlassen bei diesem Panzer. Also, ich bin am schicksten. Und vor allem die Turmpanzerung, da prallt sehr viel ab. Also, der Turm? Ja, und vor allem Sidescrapen, dann ist der OB. Ja, ja, ja. Also, dann kommt nichts zu. Also, du willst einfach alldown, nutzen 20-Grab Dumb depression und holzt alles weg. Das ist also ein Traum. Hier, jetzt den Light holzen wir als erstes weg. Ja, mit unserer präzisen Kanone. Da kommt er schon. Da ist er schon, der Willis. Der bekommt es. Und der ist schon der erste Scham. Oh, Baby, der war gut. Aber ich hab nicht getroffen. Sorry. Ob's ihm gefallen hat. Großes Problem ist, wir kommen da nicht rüber, wo wir hingehen. Wir sind zu schnell. Aber das wollen wir doch, oder nicht? Es gibt übrigens keine Arce. Also, egal, ob der gerade gesportet wurde. Erstens werden wir schon... Jetzt sind wir schon tot, ja. Ich guck mal zum Ruhr hoch, okay? Ja, nachdraus. Also, ganz wichtig ist, dass, wenn man im Zug spielt, dass man komplett andere Wege fährt. Dass man sich über die ganze Map supporten kann. Am besten natürlich, wenn jeder an einer Ecke steht. Einer da, einer da, einer da und einer da. Also, Bubi, du machst ein Licht und ich hol's drauf. Ja, was machen wir jetzt eigentlich da? Warum hab ich eigentlich 8 HE dabei? Für was? Ach, da war er wieder. Na ja, falls du mit deiner guten Kanone an dir das kommen solltest. Du hast ihn mit der Fall salviert. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier mach, ich muss euch von hinten deffen. Ah, okay. Ja. Der Rückwärtsgang von Tiger 2 ist besonders da. Sie werden da gleich in den Arsch schießen, glaub ich. Übrigens, da ist nur Rain. Bubi, falls du Bock hast, ist ein 6er-Clip. Enjoy. Das Problem ist, da ist jetzt 705A. Oder 705. Das kannst du easy penetrieren. Der Tiger 2 mit seiner Kanone, der kennt eigentlich keine Gegner. Also, das ist... Weißt du, was ich besonders cool finde? Tatsächlich, dass ich hinterm Busch stehe und er mich outspottet. Ja. Das macht Sinn. Ich mein... Ich mein... Gut, ich hab keine Schere dabei, ich wäre ein richtiger Profi. Ach ja. Da ist er, da ist er, der kleine Schlumpf. Da? Du bist... Schau mal, wie er durchkommt. Hab ich grad Gold geschossen? Oh, ich bin abgeprallt, denn der Unterwärter... Oh, wirklich. Sehe ich nicht. Also, spielst du den Tiger 2 doch falsch? Ja, vielleicht sollte ich auch Gold schießen, ich mein... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich grad Gold geschossen hab. Ich frag ihn nachher. Ja, der ging nicht durch, schau doch eh immer. Da kommt ein Rain-Legade. Den sieht man gar nicht, eigentlich, ne? Also, der ist kein Zähn aktuell. Der will mich, also... Der will mich nicht. Ich mein, ich bin Österreicher, jeder will mich. Ja, aber nur in Frontproduktion. Boah, jetzt müssen wir mal ein erstes Gespräch führen. Warum hast du mich nicht mit duschen lassen? Ich mein... Ich hab gedacht, wir gehen immer gemeinsam duschen. Ich hab's abgemacht. Ja, ich hab's hier in der Regel schon. Ja... Äh, nur in der Regel? Ich mein, sonst machen wir das doch... Renegade! Ich mein, da versparen wir uns halt das Farbmaterial. Ja, das war dann da drin. Macht's nicht so, du, nein? Jetzt? Ja. Komm, Ruhe. Ach, warum ist der da immer zu? Warum ist die Ruhe immer zu? Ja, am Dienstag ist das halt so, okay, halt. Kann man das machen. Ja, super, und ich bin offen. Wie kann man sich, wenn man im Tiger 2 sitzt, so beschweren? Ich verstehe es nicht. Ob es Zuschauer gibt oder Sarkasmus nicht verstehen? Es gibt ein paar, nicht nur Zuschauer. Auch im Clan. Also, wir wollen uns aber keine Namen nennen. Nein! Das ist doch noch angefressen. Wow, ist das so süß. Ja, wenn ich so, wenn ich so heiß bin, ne? Dann ist er so on fire. Oh, ich stehe neben James Brown im T-44. Also, ich glaube, ich wechsle dann zu voll Gold-Ammunition, weil ich komm sonst nicht ganz durch. Und beim Boogie, wenn du dann nachher duschen möchtest, kann ich ja nochmal duschen. Ich bin ja kalt duschen. Nee. Ich hab's gern heiß. Wohl positiv ist schon so heiß. Ja, deswegen sollen wir die Funktion nicht beeinträchtigen. Ja, und der Klimawandel. Ja, 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 ja. Das macht Sinn. Äh, ja. Na, das ist ja nur ein Mythos, wie Trump bestätigt hat, ne? Der hat natürlich recht, weil der kennt sich aus dem Leben. Da komm ich bei diesem Objekt nicht durch, ich verstehe es nicht. Hm. Von der Kommando-Loke mit Gold-Apple-Brei. Oh, das ist so useless. Ein Tiger 2 gegen 10er auf der Karte. Sogar mit Gold zeigt er bei der Unterplatte vom Objekt, äh, orange an. Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, wir beschweren uns einfach zu viel. Bruce, du kannst dabei zuschauen. Sehr schön. Der da oben ist tot. Ja, ja, ja. Bei mir ist das Objekt 705 abgeprallt. Wie geht das? Also, natürlich. Entschuldigung. Das hat gegessen, Bruce. Mhm, mhm, mhm. Spaghetti. Oh, auch? Ihr habt beide Spaghetti gegessen. Echt, ja? Ja. Ich glaube, er schwindelt. Ich sehe, wie sein Penis länger wird. Das sehe ich doch, bis hier. Pascal? Ja. Oh, Mr. Renegade ist tot. Mhm. Tiger 2 regeln. Let's go, push it. Push it to the limit. Repush. Repush? Bruce, bist du noch im Gefecht? Mhm. Siehst du dieses coole Loch an meinem Turm? Müssen wir genauer angucken. So. Keine Goldmunition mehr. Mehr Schaden mache ich nicht. Ah, ja. Ist schon unlogisch, oder? Ich meine. Wie, wie kann man durchkommen? Wir haben sie nicht mal angekackt. Ich kann meine Flasche Prosecco aufmachen. War das gerade ein Schrei? Nein, das war nicht. Das war in dem Keller. Wirkungstreffer. Oh, nee. Äh, Entschuldigung. Könnten Sie es einrichten für 50 TP? Ich glaube nicht. Nein, er kann es nicht einrichten. Nein, kann er nicht. Oh, yes. Ah! Meine Kanone. Das einzige, was mein Panzer ausmacht. Das kann man wohl sagen, ey. Jetzt hole ich sie mir von hinten. Nutze die Mobilität. Auch das ist mein Experten. Hoppala, da ist ein dickes Stück etwas. Der ist ziemlich dick. Könnte Prost sein. Sweet but a psycho. Jetzt fähre ich rauf, da. Oh. Nicht runter. Wow. Ich bin brutal durchgekommen. Ey, was eine scheiß Runde. Also, ich kann mich nicht beklären. Also, er weitergeht, brauche ich nicht nur für 575. Also, ich frage, was hast du so knackt? Das sind nicht meine Knochen. Ich esse Knäckebrot. Erste Klasse mit dem Tiger 2. Letzter Platz mit dem Tiger 2. Oh, oh. Oh, mehr schade als Kirikir. Was hast du denn gemacht? Nichts, ich habe versucht zu überleben. Ach so. Ja, das kann man vergeben. Hauptmann, Fischl und Oberstleutern, Schwarzen haben überlebt. Na gut, 25 Schüsse abgegeben, 10 Durchschläge. Komm, wir spritzen, mach mal so einen hier. Mach mal intelligenter. Ja, jetzt noch mal eine ernsthafte Runde mit italienischer Power. Ah, gute Idee. Wollt noch gar nichts? Ja. Ganz fresh. Also, nicht viel Erwartung. Wo ist der Wert, bist du durchgekommen, bei der Herausforderung? Sechs, glaube ich. Sechs oder sieben. Sechs habe ich gestern, dass man geschaut. Genau, was ich meine. Ich glaube, sechs war fertig und sieben war ein bisschen. Keine Ahnung, sowieso. Ja gut, aber hier ist es einfach. Eindeutig Heavy-Land, oder? Ja. Ja, bitte. Leg das Knäkelbrot bitte weg. Ist schon weg. Störe ich dich? Der verschlingt nicht lustig. Irritier ich dich? Was war das so? Oh, bist du hässlich. Ob das nicht zu meinen Laufern? Guck ihn mal genauer an, den Lover. Also, ich mag ihn so wie es gibt. So, ich geh erst Mal snipern. Wenn man ein wenig Leid raus kriegt. Sascha, Bitch-Hits. Weg. Daneben. Daneben. Wo macht man das? Ich hab auch getroffen. Mimm, mimimm. Wie sie... War es nicht. Das ist ein Porsche. Le Bouche Le Bouche, Le Baguette, Jeannette Da ist ein dickes Stück etwas Oh man, und ich bin runtergefahren, ich Idiot Rübergefahren Ja, Trefferquote ist gleich Äh, Batchit! Oh, schade, warum bin ich immer so langsam? Komm raus, Batchit Jawohl, du alt bist Arschloch Willst du damit sagen, dass ich hier alt ist? Nein Warte, das macht Sinn Was? Warte, ich hab noch nicht gesehen heute Echt krass, wie viele Hartz-IV-Player es gibt, ne? Das ist Hartz-IV-Event gewesen, ne? Ja Alter, ich hab noch zwei Mein Gott, du kommst doch nicht mal hoch Ein junger Mann, was ist los hier? Ey, warum ist das Ding? Mach keine Frage Bisschen schwierig Da drüben ist noch ein T-54 Mod 1 Der will es Ich hab im Kopf V4 aufgeklärt Im ganzen oder in halben? Ne, es spielt über Leute, ich muss ja gleich Steht mein Panzer mal oben in die Ecke und hofft, dass ich es auch noch nicht hinkriegt Ist nicht mehr mit der Bambus-Leitung groß Ja, ich nehm gleich das Handy, es geht besser als mit dieser Leitung Ja, ich hab noch nie Remostrator Guck mal, ob uns ein Programm läuft Ja, natürlich das Munitionslager Also 50 Sekunden, da will ich kein Muni-Lager, ne? Ich muss mich hier leider mal verchissen Hey, da ist ein Gruß in der Ecke, soll ich ihn raus schieben? Nein, nein Guck mal, ob ich hier irgendwas Bleibt hier nicht Dann werde ich aufgeholt, die hat uns beide Guck mal, wie sie da hinten stehen im Bunker Seht ihr das, Leute? Ja, Camper Also ich warte, bis mein Muni-Lager wieder da ist Seine Surprise-Show Ja, so spielt man das Spiel richtig, Leute Jetzt kommen die aber an, ne? Ja, ja, lass ich, komm Komm, Reine-Gate, du bist doch okay Denn sie kommt Bunkerfeuer So, repariert's Können wir wieder mitspielen Renegade hat nen Pimmel auf dem Dach Ich weiß Für mich großen sogar Mist Hey, ich hab ihn noch getroffen Ja, scheinbar nicht Geh doch weg, du Blödmann So, ich rush sie jetzt Oder? So, jetzt gel Ich will irgendwie nicht KV4, komm jetzt, jetzt geh man drauf Komm, auf geht's, Jungs, auf Action! Ich bin noch nicht voll Ich bin noch nicht voll Ja, du hast mehr HP verdammt Für unsere Zuschauer Für unsere Zuschauer Für unsere Zuschauer, kommt Ach, das ist noch ne Idle-Time Ach, das ist noch ne Idle-Time Fokus-Feuer E3 ist weg Ja, ich bin 17 mal abgeprallt Da ist so gut Ich nehme E3 raus Ah, kann ich gar nicht Doch, kann ich Gut gemacht Juhu Ja, easy, Leute Ja, so ist es So spielt man dieses Spiel Okay, hat jemand mehr HP wie ich? Ah, der Bruce ist noch voll, komm Was? Ich hab noch mal Komm Da ist ja gar nichts mehr Zug Defendant ist da Weg dich Äh, Bubi? Ja Das war ich Ich hab die Abkürzung gehören Ich bin fast nicht ins Wasser gefallen Jetzt hat's keiner gesehen Hey Cia Bella Er will es, er will es doch Der will es nicht Mod 1 hat gewicks Äh, Entschossen Entschuldigung Entschuldigung, diese Wurzelwahl heutzutage Hat er doch nicht gesagt, dass er es will? Ich dachte, es ist falsch Okay, da steht einiges, Boys Der, der, der ist AFK, der AMX Okay, alles klar Der T54 ist bei Bewusstsein Ich lass den erstmal hier ordentlich einschränken, weil ich's geil finde, hm? Oh, ja Ah Ah Ah, AT hat's Oh Nur meinen Rade schützen Wir brauchen ihn Mein Motor ist kaputt, das macht gar nichts Wie viele Schüsse hat die Lorraine? 20? 4 4 Wo steht denn der Wichser? Aber 20 auf 4, das ist nicht so viel Unterschied, ne? Ah, die Art nimmt mich gleich raus, also Wuh, wir pushen uns gerade ein bisschen tot, ne? Ich fahr mal durchs Tal, bleib mal am Leben Buggy Es geht nicht, die Art ist auf mich drauf Nichts tun, macht Ersehne in den Spielen Ja So Leute, es gibt's den Arsch Ah, die Lorraine Aha Sie hat sich hinten verkämpt, die Lorraine da Da ist sie Ja, besser Großartig Großartig, großartig Das ist richtig Guck Guck Ja, großartig Aber gewonnen Es ist Ja, ja Wo ist'n die Zoo? Ah, Hallöchen Und tschüss Groß, wenn du drei Kills hättest, dann hätten wir wach Alright, Baby Das fahren wir mit nem Knäckebrot wie viele kills hat bruce die zahlt gibt es gar nicht zurückgehalten spart sich für die nächste runter ich finde wir sind recht konzentriert der boogie hat ihn recht gut verstanden muss ich sagen gar nichts hat mir übrigens dieses alien geholt das macht spaß mit der lc gegen einen kiefer der ganze zwerg ja der macht aber voll spaß ja der ist nicht ganz so schlimm wie radpanzer aber er geht in die richtung einfach zu klein aber ich glaube ich spiele da einfach falsch ich habe 100 prozent an unverfrierten mannschaftsmitglied tarnnetz und schere und lüftung wo die tarnung ist halt echt krass bei dem aber die beschleunigung ist ein schatz aber dem drei russische leitz also haben wir schon verloren kann ich mal mein franzose mithilfen oder komme ich nicht mal durch bei diesen heiz 16 frontal komme ich bei deren kommando locker und bei der unterwarn nicht durch bei der komm mal ich bin groß der bruce ist mittel und boogie ist der kleine aber klein aber fein es ist putzig aus gerade hat entschuldigt mal in den kindergarten gehen du bist noch in der krippe da kannst du mich anschieben ja 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 wo gehen wir die lps jetzt hätte ich was schlimmes gesagt ich fahr mal hier ran ne ja fahr mal rein in die holger das wird jetzt richtig intensiv das sind drei russen aber wenn er mal beschleunigt hat dann war das 70 das ist ja nicht schlecht ja 1er platon hey ich weiß nicht ob sie op sind wir sind auch ein 1er platon also wir sind besser auch ich habe lex kann das sein und du lex kennen oh mann ich bin auch nicht alle sorry sorry ich habe dich nicht beim sniper ja genau sagen sie alle offen offen ein Stück scheiße komm raus es wäre nicht da komm hoch baby komm tanzt mit mir ich habe schaden gemacht ich bin zufrieden ja jetzt kann ich verreden werden ist schon gut schrei mich nicht an schrei mich nicht an ah Hilfe ich verdrück mich liebe leute von heute nein bleibt doch bei mir bitte bleiben da ist mir zu viel also irgendwann ist Schluss mir vertrage ich nicht viel dickes auf einmal ihr schweine wir können doch keinen fein leid so hinrichten die drücken hier ganz schön rüber die boys ja ja ich bin ich bin dabei das ist prima aber die kanone trifft sie nicht super ok es war zu intensiv hier sind mindestens sechs tanks aber mindestens ich komme nicht durch er drückt mir 360 ich denke es ist aber die kanone ist halt nicht sehr berauschend oder kling das kann ich schon mal doch ne sie trifft sie schon die Einzelzeit ist eine Katastrophe ich bin ja nicht mehr weggekommen sorry wenn sie drücken kann ich sie bebe schießen ja du mit seiner Zwergmacht bebe bebebe ah ich treffe nichts ich komme jetzt durch die Unterwand nicht durch also ja balance das nächste clip wird so ist er gold bei mir ne dem reichen reicht es aber sie wissen genau dass wir hier warten ne sie drücken nicht rüber ja wenn sie wüssten dass wir nur zu viert sind ja Ja. Ja. Die da drei Neuner, zwei Neuner? Wenn die wüssten. Wenn sie wüssten. Das hat Dienstag ist. Gehst du das nicht rein? Nee. Kann nichts machen wegen dem. Lass ihn kommen. Die ist safe, bleib da an der Kuppe. Ich hab was getroffen. Aber ich bin offen. Da ist er an der Kuppe geblieben. Ich bin offen, dabei bin ich so klar. Ich kann mit dem Ping nicht spielen. Buckelt alles. Ausrede, verlass mich nicht. Wir sehen hier einen snipenden Light. Mhm. So muss man spielen. Ich weiß nicht, ich kenn mich da aus. Okay, das Feld ist verloren. Alter, diese Kanone. Ist er ungenau bei JLT? Ja sicher. Also das ist wirklich nicht für Kampf gemacht, sondern eigentlich nur für Spotting. Mhm. Richtiger Panzer halt, ne? Wie in VLF. Na gut, also ich kenn einen, der meinte eben, der Panzer macht so richtig Spaß. Ja, der macht so Spaß. Braucht die richtige Karte, die richtige Map, das richtige Team. Aber da macht jeder von so Spaß. Ist da schon Proxy-Reichweite da? Hier bist du nicht geguckt, Arsch. Ich kann mich ja auch nicht mehr verdrücken hier, ne? Dann könntest du mir beim TVP helfen. Ne, will nicht. Ich bin nicht offen, da ist nur das. Ich bin abgeprallt am Light. Und ja. Oh. Wie richtige Profi, sag mal. Wie richtige Profi, sag mal. Urteilige Spiele gibt's auch, ne? Wir kommen in World of Tanks. Ganz großartig. Oh Gott, nee. Wir zeigen halt nicht nur die guten Spiele. Wir zeigen überhaupt keine guten Spiele. Das macht ja den Kanal aus. Wir zeigen Real Life. Real Talk, Real Life. Real Bots. Real Talk. Real Porn. Real Porn, ja. Klick einfach unten auf den Link, den wir einblenden. In gewissen Internetzeiten könnte man diese Sachen schon hochladen. Könnte man. Aber die Brokette-Runde war doch ganz okay vorhin. Ja, aber die Runde gleich in der Dusche, das ist das eigentliche Highlight. Dafür können wir die Klicken und Abos. Jetzt wollen wir was Dickes rausholen. Ja, ich bin schon dabei. Guck mal raus. Guck mal raus. Guck mal aus dem Spiel, du, Bruce. Ja, Sekunde. Guck mal raus da. Ha. Ja. Ja, wollen wir eine 10er-Runde machen, Leute? Um zu zeigen, wie wir uns richtig verkackt sind. Nee, ich will 9. Du hast auch einen Konk. Guck mal Konk. Ja, aber das habe ich heute schon Tagessiegel. Das spiele ich nicht überflüssig. Ja, das heiße. Macht mich fertig. Ja. Boah, das will ich. Nämlich was Dickes. Der T30 da. Die Gurke. Der hast mich neulich rausgenommen. Ja, ich liebe diesen bei uns. Daaaah. Uff. Uff. Woll ich nicht hier einen TD machen. Ja, nichts. Also, ich weiß schon, wo ich hinfah. Mhm. Wie geht's denn da so? Mein Stuhl. Hm. Hm, das sagen sie alle. Da weißt du es die Sexschocke. Mhm. Mhm. Wo fahrst du denn hin in deinen Decken T30? Nee, ich fahr links. Okay, aber... Okay, aber... Ich hatte da mal geölt, ne? Der Kerl hat stramm gezogen. Der Kerl ist in dem Alter, da braucht man das nicht mehr so. Nee. Da reicht fünfmal die Woche. So, ich snipe an der Runde, guck mal. Ja, ja. Ich darf nicht mit der Pfeife vorbei. Nee. Jugendfrei. Was ist mit den Boys hier los? Mhm. Und sie verlieren das Rennen trotzdem. Wie viele? Was ist los mit die? Renegade! Vor allem, der DD fährt in die Position. Ich sehe Intelligenz. Boah, wenn ich so ein Ding auf dem Dach hätte, ich würde mich so schämen, Renegade. Ja, das Spiel ist übersät mit Intellektuellen. Ja, ich hab ne Konkanone! Was ist los? Renegade ist tot. Und ich war's leider nicht. Guck mal, wie da drei Typen stehen in dem Häuschen drin. Ja. Zu wenig. Geht noch was rein, meinste? Das darfst du ihn nicht fragen. Hast du das irgendwer gesehen? Ich hab ein Objekt 257 gearmoredet für 1900. One-Shot. Ja, ja. Ja, du siehst du, das passiert, wenn man sich grad nen Premium-Panzer gekauft hat, wo es in der Gericht ist. Ja, ich hab auch. Dann wollen sie ihn belohnen, eigentlich können wir in der Stadt drücken, oder? Mhm. Äh. Oder vom Fall, wie ich wollte. Ja, also. Warte. Ich wissen, hier muss ich A rein, wenn er da so film bleibt, dann müsste ich irgendwann treffen. Wechselshot. Geht schon. Oh, tschüss. Sag mal. Will der Konk mich heute verarschen? Ja, die funktionieren nicht mehr, die Briten. Ich war die auch nicht mehr. Soll denn das? Deswegen kaufe ich mir auch den Zehner nicht. Ich habe schon seit ein paar Tagen noch erforscht. Es gilt nicht auch darum, Hamburg. Bitte. Wiedergutmachung, okay? Das muss wehtun. Aber Kiel? Ja. Sometimes we only use the air that it breathes. I'm blocked. Nichts. Ich weiß nicht. Je leih das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagst. Wir gehen voll durch ihre Panzerung. Wie ist das so? Ja, ja. Ebenfalls echt. Na, wird sehr schön gelter bei uns, ja. Ja, mach mal was auf. Ich weiß nicht, ob wir die Runde gewonnen haben. Das wird noch spannend werden. Daneben! Ich hab keinen Bock mehr. Oh, ich hatte so viele Ziele, ich fahre daneben. So, geht doch. So. So. Ja. Nice. Mich? Ich weiß nicht. Ich hab nichts getroffen. Ja, du hast dir gesagt, dein Panzer will nicht wirklich. Nee, er will nicht. Der wollte grad echt nicht. Ja, aber so macht man das ja. Der wollte nicht. Das ist sehr enttäuschend gewesen. Mhm. Ich auch. Ich bin sehr enttäuscht, Konk. Ganz enttäuscht, ey. Bogebin auf 1. Langsam fängt er zu nerven. Mach den Stream aus. Das ist aber kein Sinn. Ja, da war der Amorek. Mit Amorek, ne? Das war auch noch drüber. Ja, das tut er sich auch noch so. Spielt euch bescheiden auf, weißt? Ja, ich bin bescheiden. Mhm. Ja, bist du. Der kannst du verheben. Nee. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir noch einen raushauen? Wollen wir noch einen draufsitzen? Wollen wir noch einen draufsitzen? Ja, einen draufsitzen. So auf Bruce. Bald verlangt er Geld, damit wir mit ihm spielen dürfen. Geht bald los. Ich verlang was ganz anderes. Ach so. Also kann man nicht auf unterschiedlichste Weise bezahlen, oder was? Ja, selbstverständlich. Oh, dann ist gut, mich erreicht. Kann ich nicht machen. Wollen wir wissen, was mein Geheimnis ist? Ganz schwer Alkohol. Ihr richtiger Österreicher. Und jedes Monat mindestens 200€ in das Spiel reinstecken. Das ist mein Geheimnis. Dafür kriegst du jetzt 3 Kranwagen in die Fresse. Danke. 3 Kranwagen und 3 Artis natürlich. Ich hab gar keine Tarnung. Oh, ist das geil. Ich bin ganz nackig. Du hast gar keine Tarnung. Nein, ich hab vergessen Rauchton. Gold oder HE? Gold oder HE? Was kommt uns entgegen? Was kommt uns entgegen? Kranwagen HE. Okay, gut. Guck mal, ich hab ein paar neue Zähne mir machen lassen. Seht ihr's? Ne, lass mal gar lang pushen. Die waren teuer. Uh. Yeah, das ist so ein breites Grinsen. Jaja. Ist das ein Schocker oder was? Oh Gott. Man sieht liebe YouTube Gemeinde, dieser Mann hat Kinder. Ja, hat man ja vor aus dem Kerl schrein hören, oder? Oh Mann, du Arsch! Hau ab! Es tut mir leid, okay. Jetzt hat sie hier zueinander. Hör mal! Oh meinst du Gang Bang hier? Nee! Nee, nee! Ja! Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Ja, ein richtiger Bergsteiger. Oh, hallochen! Aber sag mal! Oh! Pascal hat sich keinen Zentimeter bewegt, ne? Ich bin offen! Aber es ist an der anderen Seite. Ich bin halt ein fettes Stück Sche... Oh, oh je schade. Wieso bist du offen? Ich bin offen. Ich glaub, weil ich so hoch gefahren bin, dass ich dann mehr zu sehen habe über diese Hügel da. Hoppala. Patten! 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 Das hab ich rausgenommen auf die Seite. Ich hab einmal Schaden machen dürfen. Bin zufrieden für die Runde. Die Runde ist schon super, ja. Ja, ja. Ich hab für uns alle Schaden gemacht einmal. Einmal Patten drehen und dann ist gut. Also die Maus ist, ist herausragend. Wobei, sie hat eine relativ gute Win-Rate nach wie vor. Laut Quickie Baby. Holy shit. Hast du ein Glück, Borghetto. Holy shit. Oh, da ist er. Oh. Oh, eine Grille. Die Grille? Ist der Feier geladen? Komm her. Oh, Grille! Grille! Ja, ja, ja. Ich bin, wenn ich mich wieder getroffen habe. Oh, Baby. Das ist gar zugegangen. Gegen letzte Sekunde ging er zu, weißt du? Ich glaube, aber ich hab getroffen. Ich bin offen. Mr. Sheridan. Ihr seht Leute, wir haben wieder Emotionen jetzt im Spiel. Ja, aber wenn es heißt eher in 100 spielen, das kann man nicht aufmerzen. Er war gut. Er war gut. So, äh, kommt der mal bitte. Ach so. Warte mal, wir müssen ihm helfen, er wird gerusht. Nee, lass den Österreich sterben, nee. Ja, lass ihn sterben. Lass ihn alle sterben. Lass ihn doch sterben. Lass ihn doch sterben. Wie man es so denken, ich will es doch auch. Ich hole einmal von hinten so richtig reinlaufen. Er fährt aber auch richtig rein hier, ne? Der Buggy. Er fährt die Maus, wie man sie spielen muss. Ja. Ich werde jetzt zwar ein wenig durchgenommen, ne? Komm mal zurück Süßer. Komm mal um die Ecke nach hinten. Nee, bin nicht. Du weißt, dass du Support hast von uns. Du kannst dich blind auf uns verlassen. Oh, das 430U kriegt 2 HE schön. Sie, 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 sie drücken mich jetzt eher. Ja. Ja, sonst... Fahr doch bitte näher an die Wand ran. So wie ich dich immer an die Wand drücke, dann würde das auch gehen. Na, das schmeckt dir, hä? Das schmeckt dir. Oh, von der Art ist 500 gefressen. Yeah. Uh. Gib it to me, baby. Also bei mir, bei mir ist alles tot, Leute. Also... Ich guck mal nach links. Alles tot? Dann könnt ihr hier gar nicht mehr gebrauchen. Bunker, Kommandant, Fahrer und einen Ladeschützer. Aber die brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob die 832 fallen haben. Also... Oh, geil. Good job. Und... Oh, ne, noch nicht weiter. Fahr gleich. Ich fahr mal da hoch. Perfekt. Ne, der will nur so'n Clip raushauen. Laden sie nach? Ähm... 7 Sekunden. Ich hab 21 Sekunden... Oh, 21 HP. Das ist Nervs genug. Warte mal, ich bin in 10 Sekunden oben. Fahr an die vor, dass es kann. Das macht Sinn, oder nicht? Ja, wenn ihr da hinten bleibt im Camp, das will ich machen. Ich nehm Mr. Kranwagen mal raus. Das hat so'n Ladeschütze funktioniert. Das hat so'n Ladeschütze funktioniert. Hi Baby. Jetzt lade es nach, oder? Der ladet es doch. Er will es doch von Lacky V. Komm, opfer dich fürs Team. Der ladet nach Angriff, Leute. Kranwagen will mich. Kranwagen, guck zu mir. Er will dich. Aber er will dich nicht. Ich bin so mobil mit diesem Ehrenhund. Ich weiß nicht, wie's kommt. Ich krieg ihn nicht rein. Okay, er kommt, Baby. Er kommt, er kommt, er kommt. Ohhhh. Der will doch nur seinen Clip raushauen, der Wichser. Wie kann die Art nicht trefflich denn mit Ewigkeiten laufen? Ich hab sie wieder auf mich geschossen haben. Das war's für dich, mein Freund. Er lebt ja noch immer. Ja, ich hab ihm eine gegeben für 700. 277, finisht ihn hoffentlich. Ne, der wird jetzt noch raus. Alter. HALDE SCHEIT. Hier, du kannst mir doch jetzt keinen Bock helfen zu fahren. Das war's für dich. Das... Das... Was, ich kann man heile mit dem Ehrenhundert hier runter droppen? Ja, sicher. Ey, gebounced am Arsch vom 13. 105, oder? Alles klar. Ich kriege das ab. Geht das? Alles ist möglich, Schlatter. Ich hab mir grad selber das Muni-Lager rausgenommen, was hier runtergefallen wäre. Ja, ich bin stolz auf dich. Ist logisch. Ja. Überhaupt nicht teuer, wenn man einen 10er-Pazzer-Spreller hat. Überhaupt nicht. Also, ich bitte. Wo ist der Patton? Wo gilt das du gebounced? 800. Ich hab null. 1280, um genau zu sein. Also, zwei Treffer hab ich gebounced, ne? Das ist... Aha, aha. Aber jetzt werde ich doch die Atem noch rausgenommen, oder? Ja. Ich hab den gespottet, wenigstens krieg ich noch einen Spot. Also, man kann auch mit deutschen Panzern gewinnen im Platoon, ne? Mhm, das ist selten, aber es geht. Das ist möglich, ja. Haben wir das gekavit, ja? Ja, die Heavy-Ecke war sich ziemlich sicher, da sie uns niederficken, aber wir haben sie... Wir haben gleich mal zweimal 700 in die Fresse, als sie um die Ecke kamen. Das hat ihnen ein bisschen imponiert, muss ich sagen, glaube ich. Also, dafür ist der E100 immer noch ganz gut, als Surprise-Show. Oder findet er nicht? Ja, gut. Ey, guck mal, Boogie ist ganz unten. Pascal, was ist los mit deiner Leistung, hm? Also, Erfahrung bin ich hier, ich bin halt nicht zu erfahrener Mensch. Ja. So, Leute, sonst wird der Upload zu groß, dann stoppen wir mal die Aufnahme. Ah, es wird noch groß gekehlen. Wenn ihr Bock auf uns habt, joint unseren Clan, dann dürft ihr mal mit uns spielen. Ist das nicht schön? Oh, naja, wer will das nicht? Okay. Also, bis die Tage, Leute. Büsschen aufs Nüsschen. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.